willkommen zu einem neuen youtube vlog heute bin ich im bikepark winterberg auf dem dirtmasters festival und ich habe dazu meine große kamera dabei das heißt ich werde ein paar schöne bilder und videos machen die ich in dem video hier zeigen werde das heißt wenn ihr bei dem event eventuell nicht dabei war hier gibt es ein paar schöne bilder und clips also seid gespannt und würde mich auf jeden fall über ein feedback von euch freuen ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt mal runter zur Downhill Strecke und dann zu dem Slopestyle Parcours und nehme da noch ein paar coole Aufnahmen auf. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. Outro 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 Outro